. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, wie schön, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für einen Mann. Es ist wichtig zu sagen, dass es sich um einen Mann handelt, denn er ist ein besonderer Mann, ein besonders erfolgreicher Mann. Ein Mann mit einer spektakulären Vita, aber auch ein Mann, der mit seinem eigenen Geschlecht hart ins Gericht gegangen ist. Sein Buch heißt Scheißkerle und Roman Maria Keudel ist der Autor. Herr Keudel, ich will Sie da heute um Gottes Willen gar nicht für angreifen, aber haben Sie sich eigentlich schon mal zwischendurch gewünscht, eine Frau zu sein? Also ich glaube, ich bin ja so eine Art Heterotunde, jedenfalls wenn ich das daraus ableite, was Frauen mir so erzählen. Die Frage ist ja, warum öffnen sich mir Frauen in dieser Art und Weise, warum erzählen sie mir das alles? Warum ausgerechnet mir, bin ich dafür prädisponiert und warum? Habt ihr schon mal eine Frau gefragt, warum erzählst du mir das? Ja, natürlich. Ich habe ganz viele Frauen gefragt, warum sie mir das erzählen. Und ich glaube, das ist eine Frage der Gesprächsführung, ein Spezialgebiet von Ihnen ja eigentlich. Das ist so eine Mischung aus Antizipation und eigentlich schon Wissen, worum es geht und das vielleicht auch etwas mutig in den Raum zu stellen. Und dann sagen Frauen gerne, naja, wenn er es schon weiß, dann erzähle ich ihm alles, nichts weiß ich. Aber die Damen erzählen das dann eben gerne. Ich höre da gerne zu. Ich bin da sehr interessiert dran gewesen. Ich war sehr neugierig. Ich habe dann auch wirklich nachgefragt. Und die Verschwiegenheit hat sich dann allerdings darauf begrenzt, dass ich die Namen in meinem Buch verändert habe. Die Geschichten sind übrigens alle wahr. Da geht es halt darum, warum eine bestimmte Gruppe von Frauen immer Misserfolg hat bei Männern und warum es so problematisch ist für die. Wir wollen das gleich noch im Einzelnen besprechen. Vorher möchten wir Sie aber besser kennenlernen auf unserem klassischen Weg, nämlich durch die Akte. Sie tragen diese Akte vor. Und dann wissen wir mehr. Wenn da Fehler drin sind, was gut passieren kann, korrigieren Sie es bitte sofort, Herr Keudel. Das ist ja ein bisschen wie Abiturprüfung hier. So ist es, genau. Sie kriegen nur keine Zensur hinterher. Ja. Also, ich soll das vorlesen? Ja, bitte. Also, die Akte Keudel. Mein Name ist Roman Maria Keudel. Das stimmt. Ich bin 43 Jahre alt, unverheiratet und kinderlos. Meine Laufbahn ist spektakulär. Das würde ich bestreiten. Also, es gibt deutlich spektakulärere Laufbahnen. Von Fakten, 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 Markwort habe ich bei Radio Gong Würzburg das journalistische Handwerk gelernt. Stimmt. Weil ich schneller bin als andere, wurde ich dann schon mit 20 Chef vom Dienst bei Antenne Bayern. Ob das eine Geschwindigkeitsfrage war, das kann ich nicht beurteilen. Anschließend arbeitete ich für verschiedene Unternehmensberatungen in den USA und England und habe aus der angelsächsischen Welt zwei Ideen nach Deutschland mitgebracht. Den Lebensmittelverkauf und den Kaffee zum Mitnehmen. Stimmt übrigens. Ich habe tatsächlich Coffee to go in Kontinentaleuropa den ersten Coffeeshop aufgemacht. Kann ich heute gar nicht mehr glauben, dass ich das war. 1997 habe ich mit World Coffee den ersten Coffeeshop in Deutschland eröffnet. Mittlerweile habe ich die Traditionsschokoladenmarke Most vor dem Ende bewahrt. Die Firma gehört jetzt mir. Ja, stimmt. Momentan bin ich aber vor allem wegen meines Buches Scheißkerl im Gespräch. Ich glaube, ich hätte es anders formuliert. Das Deutsch ist etwas holprig. Was zu meinen Gunsten vorliegt, erfolgreiche Frauen können durch mein Buch das Gefühl gewinnen, es gäbe auf der Welt jemanden, der sie versteht. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, es geht nicht darum, dass Frauen sich verstanden fühlen, sondern ich glaube, dass es tatsächlich an das Innerste dessen rührt, was viele Frauen zutiefst bewegt. Frauen schreiben mir allen Ernstes, sie haben eine ganze Nacht durchgeweint und am nächsten Tag haben sie ihren Freund oder Liebhaber verlassen. Eine Frau hat mir geschrieben, das Buch hätte sie derart emotionalisiert, so aufgeregt, dass ich ihre Menstruation um acht Tage verschoben hätte. Also ich glaube, es ist mehr als das Gefühl, verstanden worden zu sein. Können Sie bald so eine Art Gottesdienste abhalten? Ja. Heute macht man keine Gottesdienste mehr, man macht Conference Calls, Herr Teddius. Statussymbole wie dicke Autos sind mir Schnuppe. Ich fahre Eisenbahn und zwar zweiter Klasse, stimmt auch, und zwar immer im Speisewagen, wo man mich auch mittlerweile schon kennt und mir immer eine Apfelschorle spendiert. Die Ideen, denen ich schon im Leben eingehaucht habe, kommen anderen Leuten in ihrem kompletten Berufsleben nicht in den Sinn. Das würde ich nicht sagen, also es gibt phänomenal großartige Unternehmer, von denen ich größten Respekt habe, also da haben auch noch zwei, drei andere Leute eine Idee. Was zu meinen Ungunsten vorliegt. Ich fahre Eisenbahn in der zweiten Klasse, als wäre es ein Genuss und vor allem entspannend. Ich finde das tatsächlich entspannend. Manchmal, in sehr seltenen Fällen nur, wird man schlecht behandelt. In den allermeisten Fällen ist es gut. Die Bahn hat sich da echt gemacht. Ich unterstelle Männern, dass sie generell nicht lesen. Das stimmt. Auch die Verlage sagen mir, 80 Prozent dessen, was wir drucken, drucken wir ausschließlich für Frauen. Sie müssen sich mal vorstellen, ich habe natürlich gedacht, es schreibt mir jemand auf dieses Buch hin eine E-Mail. Der Einzige, der sich dazu geäußert hat, war auf meiner Buchpräsentation der Publizist Hajo Schumacher. Der hat gesagt, dieses Buch braucht kein Mensch, es hat keinerlei publizistische Relevanz. Alles, was da drin steht, wissen Männer schon und Frauen geht es nun mal nichts an. Ich hätte aber auch ein Buch schreiben können, warum ich Frauen liebe. Habe ich aber nicht. Würde auch keiner lesen wollen. Wenn die Leute sich fragen, warum können sie so wunderbar den österreichischen Akzent nachmachen, dann liegt das daran, dass sich im Prinzip das ganze deutschsprachige Europa in ihnen vereinigt. Ihre Mutter ist aus dem Rheinland, ihr Vater ist Österreicher, sie selbst haben ihren Hauptwohnsitz in Zürich, also da ist alles mit drin. Berlin sind sie auch viel, in Berlin haben sie die Keudel Kunsthalle. Kommen wir zu dem Buch hier, Scheißkerle. Das ist natürlich jetzt, also erstmal ist das in der Farbe gehalten, die normalerweise Frauen zugeordnet wird, nämlich Pink, ein recht aggressives Pink, warum es immer die Falschen sind. Da sagen Sie jetzt, Sie hätten mit 120 Menschen, hauptsächlich 120 Frauen gesprochen und die haben Ihnen erzählt, was Ihnen alles so widerfahren ist. Sie unterteilen dann die Männertypen, die unterschiedlichen Scheißkerltypen in einzelne, verschiedene Varianten, also den Betrüger, Dr. Kimbel, solche Sachen stehen da drin. In diese Gespräche, wie sind die denn abgelaufen? Sind das Gespräche gewesen, wo Sie sich in einen nüchternen Ort gesetzt haben und gesagt haben, heute müssen wir reden, weil das ist für mein Buchprojekt? Oder war es so, dass Sie ohnehin beieinander saßen und gesprochen haben? Ja, das klingt ja, als würden Sie mir hier unterstellen, dass ich die Frauen nicht wirklich aufgeklärt hätte über die wahre Absicht. In Wirklichkeit ist das ja nicht so strukturiert gelaufen, sondern ich habe vor sechs Jahren angefangen und zwar habe ich im Fernsehen bei Harald Schmidt tatsächlich irgendeine Kim Nova irgendwas gesehen und die hat da erzählt, dass sie nicht einparken kann oder sowas und hat da ein Buch aus 200 Seiten draus gemacht. Und da habe ich mir gedacht, na, das kann ja so schwer nicht sein, einen Bestseller zu schreiben. Und habe dann gedacht, was ist denn eigentlich ein interessantes Thema und was bewegt denn eigentlich die Menschen? Und wer kauft denn Bücher? Klammer auf Frauen, Klammer zu. Und dann war es eben tatsächlich so, dass in dieser Woche gerade zwei oder drei Frauen bei mir waren, die mir sehr erstaunlich die Geschichte erzählten, erstaunlich deshalb, weil sie besonders attraktiv waren, dass sie immer das Problem hätten, an den falschen Mann zu geraten. Und das war eine durchaus skurrile Situation, denn eine war eine Soap-Darstellerin, die sehr attraktiv war, das andere war eine junge Ärztin, die sehr attraktiv war. Und ich habe mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Insbesondere diese sehr attraktiven, sehr erfolgreichen und klugen Frauen tun sich offenbar schwer damit, an den richtigen Typen zu geraten. Und so habe ich dann angefangen zu recherchieren. Ich habe das also eher journalistisch begonnen und habe das dann auch mal ein paar Jahre weggelegt. Dann habe ich wieder angefangen zu schreiben, dann habe ich wieder Geschichten gefunden, dann habe ich wieder Geschichten gehört, dann hat mir jemand was im Speisewagen erzählt oder es hat mir wieder jemand eine Geschichte erzählt. Dann hatte ich so eine kleine Kiste und dann habe ich das immer reingeschmissen. Und erst im letzten Sommer bin ich hingegangen und habe dann tatsächlich ein Buch daraus gemacht. Das lief zuerst unter dem Arbeitstitel Die Frauenfalle. Und als ich das fertig hatte, das war natürlich ein langweiliger Titel, fiel mir tatsächlich morgens um sechs unter der Dusche ein der Begriff Scheißkerle. Und da wusste ich, das Projekt ist fertig, bin ich zum Verlag mit. Vielleicht erklären Sie mal den Begriff des Vielleichtchens, weil Sie sagen, das ist eine große Schwierigkeit, das ist eine große Schwierigkeit, dass die Frauen, und es geht Ihnen ja hauptsächlich um die Gruppe, es geht Ihnen ja nicht um die Gruppe von Frauen, die 47 Jahre alt sind, ihre Kinder großgezogen haben und jetzt sagen, jetzt hätte ich aber gerne nochmal, ich würde gerne nochmal die Liebe in mein Leben lassen, sondern es geht Ihnen um diese Gruppe der Frauen, die beruflich erfolgreich sind, wie Sie gerade beschrieben haben, hochattraktiv, meistens zwischen 30 und 40 Jahren alt. Also, was sind die Vielleichtchen unter diesen Frauen? Also, die Vielleichtchen sind die Blume der Hoffnung. Das sind die Frauen, die typischerweise Sätze beginnen mit, vielleicht hat er sich den Daumen gebrochen und deswegen kann er mir keine SMS schreiben. Frauen, die zwei Wochen warten, warum sich der Mann nicht meldet und einfach nicht auf den Trichter kommen. Verstehen Sie, in der Causa Kachelmann ist sicherlich das Verhalten des Herrn Kachelmann schäbig, aber es ist natürlich auch sehr fragwürdig. Das wissen Sie doch noch gar nicht. Moment, wir reden nicht über den juristischen Kontext, sondern einfach, verstehen Sie, dass da 14 Frauen sind und Sie müssen mir zugutehalten, ich habe dieses Buch ja lange vor Herrn Kachelmann geschrieben und der Parallel-Lieben-Inhaber ist ja nun fast wortwörtlich der Herr Kachelmann. Das ist nicht, weil, verstehen Sie, es gibt wahnsinnig viele Parallel-Lieben-Inhaber. Herr Kachelmann ist nur einer von Ihnen und alle glauben jetzt, das sei so ein außergewöhnliches Phänomen. Das Interessante ist ja, dass 90 Prozent aller Frauen, die ich dazu befrage, geht dein Mann fremd oder glaubst du, dein Mann geht fremd, mir sagen, nein, auf gar keinen Fall, für meinen lege ich die Hand ins Feuer. 90 Prozent der Männer, die ich allerdings treffe, sagen, naja, du weißt ja, wie es ist. Und deswegen ist dieses Buch interessant, weil es die Frage aufdeckt, warum eigentlich Frauen, und damit komme ich zurück zu Ihrer Frage, so wahnsinnig bereit sind, das Fehlverhalten von beziehungsgestörten Männern zu entschuldigen, vorauseilend zu entschuldigen. Also eine Entschuldigung für etwas zu finden, was ihnen gar nicht aufgegeben wurde. Und das verbirgt sich hinter dem Wort vielleicht. Vielleicht hat er keine Zeit, vielleicht ist er so beschäftigt, dass er sich nicht um mich kümmern kann, vielleicht hat er mich auch einfach vergessen. Und das Perfide daran ist, dass Frauen durch ihre Introjektion, durch die Art und Weise, wie sie erzogen wurden, wie sie vor allen Dingen, und das ist ja der Inhalt des Buches vom Vater, nicht beantwortet wurden in den allermeisten Fällen. Die Schuld bei sich selber suchen. Das ist Psychologen sprechen, wie sie nicht beantworten wollen. Ja, das ist schon eher Allgemeinwissen. Sie wissen es ja auch und ich weiß es auch, aber ich habe es in dem Buch halt nie geschrieben. Ich würde es aber absichtlich nicht verwenden, weil Sie wissen ja, solche Orte, wie der, an dem wir uns gerade befinden, so ein Talkshowstudio, das sind ja gerne Orte, wo Küchenpsychologie sich ereignet, wo zwei Leute, die keine Psychologen oder sogar Psychiater sind, sich darüber unterhalten, was in der menschlichen Seele los ist. Und das ist die Frage, die ich mir stelle, wenn Sie sagen... Aber wir beide würden uns auch über Politik unterhalten und dabei in politischen Terminus ohne das benutzen, ohne dass wir jetzt uns verdächtig machen, Hobbypolitiker zu werden. Ich war aber schon in der Partei. Also von daher ist das... Ich war aber noch nicht in der richtigen. Nein, nicht, ich war in der falschen, aber wenn ich jetzt... Die Partei hat ja immer recht, also das könnte ja bei Ihnen... So eine schlimme Partei war es nicht. Aber als Psychologe, Sie stellte psychologische Theorie auf als Nicht-Psychologe, wenn Sie... Nein, ich zitiere nur eine. Alice Miller hat das in den 70er Jahren geschrieben, in ihrem Schlüsselwerk und hat eine sehr interessante Feststellung gemacht. Die für mich interessanteste Feststellung ist eigentlich, dass wir als Erwachsene nur dort Emotionen haben können, wo wir als Kinder frei waren. Und mir geht es um die Unfreiheit des Kindes, insbesondere der Unfreiheit von Mädchen. Das hängt damit zusammen, dass die Mutterliebe global ist. Wir beide sind mit Mutterliebe aufgewachsen. Die Mutter ist grundsätzlich immer der Meinung, ihr Sohn ist der Größte. Jedenfalls ist das in den allermeisten Fällen so. Und das führt auch dazu, dass Männer sich in Talkshows, auch in der ARD gerne, mit untergerieren, als wären sie die Größten. Frauen sind da wesentlich distanzierter, wesentlich differenzierter und versuchen in einer ganz anderen Art und Weise, sich einem Thema zu nähern. Verstehen Sie, wenn ich jemanden einstelle, dann geht es mit einem Mann erstmal darum, was habe ich für eine Visitenkarte und was kriege ich für ein Auto und kriege ich das kleine Beistelltische mit den zwei Stühlen. Da haben Frauen, die ich auf der gleichen Ebene einstelle, schon das halbe Projekt gemacht. Also deswegen, wenn man das als Mann liest, und ich habe es ja nur als Mann gelesen, dann hat man entweder die Sehnsucht danach, sich sofort mit einer Nagelschere das andere Geschlecht anzueignen oder aber auch später zu menstruieren, weil das ist ja, Sie lassen ja kein gutes Haar am Mann eigentlich, sind aber selber einer, und deswegen ist mir Ihre Mission nicht ganz klar, Herr Keudel. Würden Sie jetzt sagen, Sie sind ein entschlossener Frauenrecht? Ein Feminist? Ja. Herr Thaddeus, um Gottes Willen. Kann man ja sagen, das ist ja nicht schädlich. Nicht, dass wir jetzt noch, dürfen wir überhaupt diese Diskussion beginnen, da wir beide nicht alles Schwarzer sind. Ja, Sie haben ja so ein Buch geschrieben, ich ja nicht, ich gebe nicht drauf. Also, das ist interessant, dass Sie das sagen. Ein junger Hobbykritiker, Hobbykritiker übrigens, hat bei Amazon, ich hoffe, das darf man sagen, geschrieben, das Buch sei nicht tendenziös in der einen oder anderen Richtung, sondern wer dort etwas hineininterpretiere, würde dort seine eigenen Probleme oder auch Themen hinein projizieren. Das fand ich ganz interessant, denn ich bin tatsächlich, und das glaube ich allen Ernstes, keiner Tendenz in diesem Buch unterlegen. In der ersten Hälfte geht es tatsächlich um die Scheißkerle. In der zweiten Hälfte geht es aber genauso um Frauen und die Frage, warum sich zum Beispiel Frauen immer diesen falschen Typen suchen. Das heißt, hier ist nicht Täter und Opfer, es sind nicht die Männer, die Guten und die Frauen, die Schlechten oder die Frauen, die Schlechten und die Männer, die Guten. Verstehen Sie, in der Causa Matthäus, der ist nicht vor Gericht, dann darf ich das hier sagen, ist es so, dass man das Gefühl hat, Herr Matthäus ist die Frau. Ja, also, der ist natürlich auch... Da kehrt sich das Ganze nämlich um. Also, wenn Sie das Ganze klischeefreit betrachten, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Ich halte mich da tatsächlich neutral. Ich frage mich, oder habe mich, als ich darüber nachgedacht habe, gefragt, ob Sie die Frauen tatsächlich genug lieben oder ob Sie genug die Individualität jedes einzelnen Menschen eigentlich wertschätzen. Weil Sie ja diese Gruppe der Frauen als relativ uniform beschreiben. Sie sagen einfach, die sind erfolgreich. Also, das heißt, intelligente Frauen sind verständlich. Die reagieren in ihrem Beruf, die reagieren optisch. Aber wenn es um Männer geht, dann werden sie teilweise zu Psychowax. Wenn wir hier am Anfang das Zitat, Frauen lieben Zufälle und alles, was nach Schicksal aussieht. Dann beschreiben Sie anschließend, dass Frauen in Serie auf so einen Taschenspielertrick von einem Mann reinfallen, der über den Auffahrunfall immer das romantische Rendezvous sucht. Und so geht es ja weiter. Sie beschreiben dann die eine Frau, die... Also, entschuldigen Sie mal. Auf Platz 18 der Spiegel-Bestsellerliste ist im Moment ein Buch von Rhonda Byrne. Da drin geht es darum, quasi das Universum anzumurmeln und dort das Glück zu bestellen. Bücher wie Bestellung ans Universum sind doch nicht deswegen hunderttausendfach verkaufte Bestseller, weil sie dem widersprechen, was Sie mir gerade vorgetragen haben aus meinem eigenen Buch. Ich frage Sie nur danach, wenn das alles so schematisch abläuft, wo bleibt die Faszination der Einzigartigkeit jedes Menschen? Sie sagen, die Männer verfolgen nach Kategorien, in die man sie einordnen kann, bestimmte Strategien. Der Betrüger geht in einer ganz bestimmten Richtung vor, der Privatpatient, wie Sie ihn nennen, geht in einer ganz bestimmten Art und Weise vor. Und die Frauentypen gehen auch in einer ganz bestimmten Art und Weise vor. Und mein Buch geht doch darauf ein, warum bin ich ein solcher Frauentyp und warum suche ich mir diese Männer? Es ist ja unterhaltsam und ganz nett, dass ich im ersten Teil diese ganzen Männertypen beschreibe. Und möglicherweise auch ein drolliger Zufall, dass mit dem Serientäter ein Tiger Woods gerade aufgeflogen ist, mit dem Parallelleben, ein Herr Kachelmann mit Dr. Kimbel auf der Flucht, der Verlobte hier von Madeleine von Schweden, der sich vier Wochen vor der Hochzeit davon gemacht hat. Das sind ja, da kann man ja sagen, das sind jetzt Zufälle oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja so Stereotyp. Aber diese Begegnung, die Begegnung von einem Mann mit einer Frau unter romantischen Vorzeichen. Ich habe ein Zitat mir deswegen extra rausgeschrieben. Mein süßestes Herz, mein blauester Traum, mein Geleucht über den Wäldern. Das ist von Erich Maria Remarck geschrieben an Marlene Dietrich. Wo sortieren Sie diese Leute alle ein? Sie haben Marlene Dietrich, wahnsinnig erfolgreiche Weltschauspielerin. Erich Maria Remarck, wahnsinnig erfolgreicher Weltschriftsteller. Da können wir die Leute weiter durchgehen, können wir fragen, was für eine Kategorie von Scheißkerl war Ernest Hemingway, weil der viele Frauen hatte. Wie viel Biedersinn verbirgt sich dahinter, wenn man die ganze Zeit sagt, ich kann euch alle in Gruppen einteilen und irgendwie seid ihr alle doof? Also ich habe nie gesagt, dass ihr alle doof seid. Die Einteilung in Gruppen funktioniert so erschreckend gut, dass ich mich selber darüber wundere, muss ich sagen. Und ich sehe das natürlich an den mittlerweile fast 1000 Zuschriften, die ich bekommen habe. Sie müssen sich vorstellen, ich habe fast 1000 E-Mails bekommen. Da stehen Dinge drin, die halte ich selber nicht für möglich gehalten habe. Eine Journalistin, eine sehr kluge Journalistin, die früher bei einem sehr feministischen Blatt war, die mich übrigens auch gefragt hat, wie kommen Sie eigentlich dazu, ein Buch zu schreiben mit einem feministischen Grundrauschen? Ich sehe das gar nicht so, aber die hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Interview, weil ich dachte, Sie kennen meinen Ex-Freund. Da habe ich gesagt, wieso denn das? Dann sagt sie zu mir, naja, weil die Sätze, die Sie da schreiben, die hat er immer gesagt. Und da habe ich gedacht, Sie kennen den vielleicht. Also, wissen Sie, ich bin mir nicht sicher, ob das von Ihnen beschriebene, die von Ihnen beschriebene, in Anführungszeichen, Spießigkeit, ob es nicht gerade zu der Umkehrschluss ist und es tatsächlich so stereotyp abläuft und wir uns das gar nicht eingestehen wollen, weil wir natürlich qua humanistischer Bildung der Meinung sind, der Mensch ist ein Individuum, jeder ist ein Unikat. Und wie viele Fußballer, wie ein Fußballer mal so gerne gesagt hat, dieser Ring ist ein Unikat, meine Frau hat den gleichen. Ja, okay, gut. Das lässt sich natürlich in Sprüchen gut aufheben, dahinter steckt, davon auszugehen, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Das ist unter anderem eine christliche Grundüberzeugung, also das ist nicht ganz irrelevant, die man nicht... Ja, biologisch ist es auch nicht ganz von der Hand zu weisen, übrigens. Also von daher ist das schon beachtlich und mich würde natürlich auch interessieren, Herr Keudel, welche Art, welche Variante passt denn jetzt hier eigentlich auf Sie? Also welche Variante von Scheißkerl sind Sie? Ich kann mir... Also ich finde da hundertprozentig Sachen von mir auch drin wieder. Sie sagen auch an einer Stelle, es gibt niemanden, der noch nie Scheißkerl war. So ist es. Und selbstverständlich war ich es auch schon. Und ein Scheißkerl, Herr Thaddeus, ist man doch immer dann, wenn man die in einen gesetzte Erwartungshaltung enttäuscht hat. Aus welchem Grund auch immer. Es mag ja sein, dass man enttäuschend war als Mensch. Es mag aber auf der anderen Seite, und so ist mein Buch eben von beiden Seiten betrachtet, es mag aber auch sein, dass die Erwartungshaltung übertrieben war. Und da muss man zur Exkulpation der Männer natürlich auch mal sagen, die können es ja fast nicht mehr richtig machen. Verstehen Sie, wenn Frauen... frage ich dann zum Ende des Gespräches gern, wie soll er denn sein, der richtige Mann? Ja, also er soll Humor haben, aber auch ernst. Er soll ja kein Junge mehr sein. Er soll ein bisschen Geld haben, aber nicht so ein Angebertyp. Er soll jung sein, aber er muss auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Also das, was ein Mann alles vereinen soll in sich, verstehen Sie? Dann geht sie mit ihm zum Essen, kommt zurück und sagt, das war nichts, weil da hing dann schon irgendwo hier eine Nudel, wie bei L'Oriot, und schon ist die ganze Geschichte gelaufen. Und insbesondere die Gutaussehenden glauben nämlich auch, sie haben es verdient. Viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ich habe verdient, einen besonders tollen abzukriegen, denn ich bin ja selber toll. Und damit ist natürlich ein Maßstab gesetzt. Die suchen dann auch nicht weiter. Gutaussehende, erfolgreiche Frauen müssen mehr suchen auf dem Markt, um gehört zu werden. Sie müssen nicht weniger suchen, sondern mehr. Auf dem Markt, wie Sie, das haben Sie... Das ist ein Markt. Der Beziehungsmarkt ist ein Markt. Und er ist, und das beweist ein österreichischer Soziologe, Professor Karl Grammer, immer wieder in schönen Studien, Frauen sind sozusagen im Marktwert höher stehend, je besser sie aussehen, je jünger sie sind und je attraktiver sie sind. Und Männer, je wohlhabender und einflussreicher, Klammer auf, mächtiger sie sind. Und das kann man einfach nicht leugnen. Nun können Sie wieder mit einem humanistischen, mit einer humanistischen, vielleicht von Rilke was Schönes kommen, aber es wird nicht funktionieren. Es bleibt eben eine Wahrheit. Und ich kann auch verstehen... Ich wollte Ihnen ganz viel noch aus meinem Poesiealbum verlesen. Ja, dass Sie eins haben, ist mir vollkommen klar. Ich habe übrigens keins. Sie haben keins. Okay, dann frage ich Sie jetzt nach den fiesen Sieben, Herr Keudel. Welche Komplimente langweilen Sie? Also das Lustigste, was mir immer passiert ist, dass eine ältere Autorin von meinem Verlag, die ist schon über 80, die hat auch ein Buch geschrieben, die kann sich nicht merken, dass mein Buch Scheißkerle heißt. Und jeder begrüßt mich ja jetzt am Telefon immer nur noch mit Hallo, du Scheißkerl. Und die brüllt immer ins Telefon, Hallo, kleines Arschloch. Die ist schon etwas älter und kann sich das nicht merken. Von welcher Angst war das Gefühl begleitet, dass Sie sich finanziell nie wieder im Leben Sorgen machen müssen? Die Frage verstehe ich gar nicht. Von welcher Angst war das Gefühl begleitet, dass Sie sich finanziell nie wieder im Leben Sorgen machen müssen? Also als Sie realisiert haben, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, welche Angst kam dann gleich mit? Oh, ich mache mir ganz, also ich habe ganz oft Ängste, mein Leben nicht finanzieren zu können. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe als Unternehmer große Risiken eingegangen. Ich habe auch richtig auf die Nase gekriegt. Und das ist überhaupt nicht so, als wäre das alles so leicht gewesen. Und ich habe auch schon mal die Pfandflaschen zurückgebracht, weil ich keine Kohle mehr hatte. Also ich weiß genau, wie das ist. Und das ist nicht so, als wäre ich da immer auf dem dicken Kissen gepolstert gewesen. Wann haben Sie zuletzt einen Korb von einer Frau bekommen? Ich glaube, dass man als Mann, wenn man genau hinguckt, keine Körbe kriegt. Wissen Sie, nur blöde Männer glauben, dass sie Frauen ansprechen. In Wirklichkeit geben Frauen Männern die Gelegenheit, sie anzusprechen. Und wenn sie nicht in der Lage sind, das über einen Augenblick oder eine richtige Körperhaltung zu deuten, dann laufen sie permanent vor die Wand. Wenn sie eine gewisse Intuition haben, dann wissen sie, aha, da geht es einfach nicht. Die sieht zwar toll aus, sie würde mir auch gefallen. Irgendwas interessiert mich an ihr, aber da ist die Tür eben zu. Und dann kriegen sie auch sehr selten einen Korb. Ich muss zugeben, ich kriege nie einen Korb, weil ich das rieche. Ich kann sehen, ob jemand dafür bereit ist oder nicht. In welchen der drei deutschsprachigen Länder gibt es nach Ihrer Meinung die meisten Scheißkerle? Schweiz, Österreich, Deutschland. Das frage ich mich nicht als Österreich. Also, da gibt es überhaupt keine Antwort. Österreich, oder? Allerdings muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich in den ländlichen Gebieten, auch in Bayern, auch in der Schweiz, auch in Österreich, in den ländlichen Gebieten, gibt es eine andere soziale Hygiene, was das anbelangt. Da passt sozusagen die dörfliche Gemeinschaft anders darauf auf, wie man miteinander umgeht. Wenn der Toni die Moni und die Froni und die Gisela schon alle mal hatte, dann gibt es dort dem Signalisieren, Toni ist das? Sie sind jetzt in jenen Klischees und in jenen Kategorisierungen, die Sie mir eben absprachen, wenn ich Sie kurz darauf hinweisen will. Das ist reine Provokation einfach nur, Herr Keudel. Sie verfängt nicht. Machen wir lieber mit der nächsten Frage weiter. Was passiert eigentlich in der Homo-Welt, also wenn ein Scheißkerl auf den anderen Scheißkerl trifft? Super interessante Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich würde mich sehr gerne mit Homosexuellen darüber mal unterhalten. Das fände ich extrem spannend. Habe ich keine Ahnung. Was würden Sie denn jetzt erwarten, wenn man eine Arbeitshypothese aufstellt? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Gegen welche Verführung sind Sie machtlos? Berühmtes Zitat gegen Lob. Also wie alle Menschen, auch Sie, ist das ganz schwer. Wenn einen jemand lobt und man muss dann Abstriche machen und muss sagen, der lobt dich aus einem ganz bestimmten Hintergedanken, das ist tough. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schwer. Was wären Sie lieber, ein weltweit bekannter Popstar oder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Ich möchte mit dieser Air Force One fliegen. Also ich möchte mal wissen, wie das Klo aussieht. Das fände ich super. Und dann dieser riesige Konferenzraum. Dann hat er hier diese Dinger hier, meine Damen und Herren, die. Da ist das Ziel des Präsidenten von Amerika. Das habe ich mal auf einem Foto gesehen. Also die würde ich sofort auch mitnehmen. Es gibt auch berühmte Schokonüsse, die nur für die Air Force One in der Exorzitärgestellung sind. Aber das heißt, Sie könnten sich schwer entscheiden oder Sie würden der Toilette wegen Präsident der USA. Und dann hinter die Rücktrittspressekonferenz. Ich höre da schon wieder eine gewisse Missachtung der Toilette. Das ist ein menschliches Bedürfnis, das uns alle betrifft. Wir sind alle Individuen und alle Unikate. Sie versprechen mir aber, dass es im nächsten Buch eher um die wahre und echte Liebe geht, als um Toilette. Bitte, Herr Keudel. Das natürlich gibt es, die wahre Liebe. Aber die Frage ist erstens, wie lange hält sie? Und wie oft im Leben findet sie statt? Wir haben es doch mit einer gänzlich geänderten Lebenssituation zu tun. Wenn es früher so war, dass vor allen Dingen Frauen im Nachteil war. Verstehen Sie, als ich ein Schüler war, 1985, und das erste Mal alleine ins Operncafé in Frankfurt am Main marschiert bin, schlug ich dort den Stern auf und da war ein Artikel von einer Sternjournalistin, die dort beschrieb, wie schwer es immer noch für sie sei, alleine in ein Café zu gehen. Das ist 25 Jahre her. Heute ist das eine gänzlich andere Situation. Und auch die Möglichkeit von Frauen, Männer kennenzulernen, ist doch eine gänzlich andere geworden. Wenn Sie heute im Internet als Frau ein halbwegs vernünftiges Bild haben, haben Sie 200 Zuschriften. Da können Sie morgens sich einloggen und abends wählen Sie unter 200 Leuten aus, mit wem Sie ausgehen. Wenn Sie als Mann ein sehr gutes Foto drin haben, dann kriegen Sie vielleicht eine Zuschrift. Das heißt, die wahre Beziehung ist doch ubiquitär geworden. Sie können doch heute jeden, an jedem Ort der Welt, dieses Ding, was ich jetzt in der Tasche habe, das piepst sogar, wenn ein Gleichgesinnter am Nachbartisch sitzt. Also ich meine, da sind doch ganz andere Möglichkeiten, als sie vor 20 oder 25 Jahren, insbesondere für Frauen. Und jetzt muss man sich doch mal die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet nämlich, dass wir Beziehungen wie eine Ware behandeln. Und darum geht es eigentlich. Es geht nicht um die einzige und die literarische große Liebe. Ich verstehe das, dass das in Ihrem Herzen schlummert, aber die Wahrheit ist doch eine andere. Das passiert vielleicht einmal im Leben oder zweimal. Aber wie viele Partner hat man denn durchschnittlich, insbesondere die Jugend? Ich bin neulich mit der U-Bahn gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Öffentlich-Rechtlichen erzählen darf. Da steigt an einer U-Bahn-Station ein Mädchen ein und an einer anderen U-Bahn-Station steigt ein Junge ein. Und beide sagen nach drei Stationen sinngemäß zueinander, wir können ja jetzt auch aussteigen und Sex miteinander haben. Es wurde etwas vulgärer formuliert, das erspare ich den Zuschauern. Das ist der Punkt, den man im öffentlich-rechtlichen Verfahren nicht sagen kann. Darüber sind wir, denken wir jetzt einen Moment drüber nach. Herr Keudel, ich wünsche Ihnen viel Glück für alle kommenden Projekte. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und vorbeikommen sind. Das finde ich auch. Dankeschön, auch wenn ich jetzt hier die romantische Heulsuse sein musste an Ihrer Seite. Aber macht nichts. Meine Damen und Herren, wir sehen uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder am Dienstag um 22.15 Uhr hier in Ihrem rbb-fernsehen. Versuchen Sie heute Abend zu wem auch immer möglichst liebevoll zu sein. Das gebe ich Ihnen noch mit in diese Nacht. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.